Wenn der Grafiker bei einem Logo eine Pantone, eine RAL oder eine HKS-Farbe nimmt, ganz zu schweigen von CMYK, dann ist er nicht medienneutral. Diese Farben Pantone, RAL und HKS sind in der Reinheit mit den Druckfarben CMYK gar nicht zu erreichen. Sie sehen das in der linken Spalte. Wenn man hier die Volltonfarbe und das RGB anschaut, das kann ich noch irgendwie erreichen mit RGB, aber sobald ich in CMYK auf diese Ausgabe gehe, wird dieses Violet ziemlich stark verschmutzt. Gehen wir in die rechte Spalte. Wenn ich eine Farbe mit sRGB, HLC oder LAB definiere und darauf achte, dass ich in einem Farbumfang bin, der einer CMYK-Ausgabe gerecht wird, dann habe ich vielleicht zu Beginn nicht die absolute Reinheit eines Farbtons, aber ich habe über verschiedene Ausgabeziele hin eine gleichbleibende Qualität. Nehmen Sie einmal diese drei Logos rechts oben, die habe ich jetzt wirklich in sRGB in Illustrator aufgebaut. Wie das funktioniert, können Sie in der Ausgabe 2016 02 sehen. Denn da habe ich Videofilme gemacht, wie man mit sRGB auch Volltonfarbenkanäle aufbauen kann, um zum Beispiel bei einer Autobeschriftung die Farben auch als Volltonfarbe sRGB definiert ausgeben kann. Denn da braucht der Werbetechniker, um ein Auto zu beschriften, zum Beispiel diese Farbe als reine Auszugsfarbe. Wenn ich eine Farbe so aufbaue, dann kann mein Dienstleister auch, wenn es in den Druck geht, zum Beispiel dieses sRGB noch umwandeln in ein CMYK und ich habe überall auch auf einem Office Drucker eine ziemlich ähnliche Ausgabe. Also aus meiner Sicht als Grafiker würde ich mit dem Kunden zusammensetzen, mir einmal anschauen, wo überall diese Daten ausgegeben werden müssen. Und da würde ich mir gut überlegen, heutzutage eine Farbe in Pantone, RAL oder HKS zu definieren. Und eben, wie gesagt, ganz zu schweigen in CMYK. Um solche Farben möglichst medienneutral zu definieren, hat DTP Studio einen HLC-Farbfächer herausgegeben und ich habe diese drei Logos einmal mit sRGB definiert in Illustrator. Wie gesagt, in der Ausgabe 2016-02 habe ich das ausführlich aufgezeigt in Videos. Sie können diese Werte dann in einem Farbwähler wunderbar eintragen und ich bin hier nicht an Lizenzen gebunden von Pantone und HKS und so weiter. Also ich kann eine Farbe befreit von Fesseln einfach wählen, wie sie mir beliebt. Diesen Farbfächer können Sie beziehen unter www.com2print.ch. Wer also sein CI auf verschiedene Ausgaben in ähnlicher Qualität haben möchte, der sollte sich gut überlegen, in welchen Farbräumen diese Farbwerte seines Logos definiert sein sollten. Musik 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 Musik